Applaus Applaus So, meine Damen und Herren, da sind wir übrigens. Liebe Eltern, liebe Kinder, die Zeit, die wir schütteln, die Herren, die Herren, ich bin stolz, dass wir euch hier heute ein bisschen großartig haben, dass wir uns sehr wieder sehen. Wir wünschen euch viel Spaß, viel Erfolg und ein ganz anderer Eingrassungsvorgang im Segenreich. Also alles Gute. Damit lasst uns das zu mir, viel Freude und auf geht's. Applaus